Diese Woche bei Hour of Power. Bobby Schuller schließt die Predigtreihe Ein sinnvolles Leben mit dem Thema Freundschaft ab. Wenn Sie Feinden gegenüberstehen, wird Gott Ihnen einen starken Freund zur Seite stellen. Gott wird jemanden in Ihr Leben stellen, der Ihnen hilft, diese schwere Zeit zu überstehen. Gott wird Sie nicht zwingen, Ihren Kampf alleine zu führen. Entdecken Sie Hour of Power mit Bobby Schuller. Die beste Stunde im Fernsehen.